Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu actualisieren. Heute bringen wir Ihnen Matthias Rheim wird in sehr schlechtem Gezugszustand ins Krankenhaus angeliefert. Er ist sehr unzürzlich und traurig. Deshalb schlägt Matthias Rheim eine äußerst schwierige Zeit, da er gerade in einem sehr schwachen Zustand nach einer ästlichen Besuchung ins Krankenhaus angeliefert würde, um dies herauszufinden. Es hässerreißend zu sagen, dass Matthias Rheim gegen den Leberkreis kämpft, der ins Stadium 3 fortgeschritten ist und die Leber fast unbrauchbar macht. Das ist der Grund, warum seine Gesundheit so schnell eröffnet. Es war wirklich hässerreißend mit dem, was passiert ist, nicht zu wissen, wie man damit umgeht. Matthias Rheim selbst hat die Gefährdigkeit der Krankheit, und er leidet, gespürt und hat deshalb äußerst schwierige Gedanken. Der Prozess der Krebsbehandlung, wie viel Zeit und Mühe des Patienten, des Alters sowie der Familie des Patienten erforderen, um einen Heffungsschimmer für eine Heilung zu finden. Es ist schade, dass ein Talent so ein schlechtes Ende hat. Ein Leben ist für niemanden einfach. Alles kann passieren, um uns zu kämpfen. Um eine verreichere Musikkarriere wie jetzt zu haben, musste er Matthias Rheim hart arbeiten, um sein Talent im Publikum unter Beweis zu städten. Bisher hat Matthias Rheim das getan und ist sehr erfolgreich, wenn das Publikum sein Talent wirklich zu schätzen weiß. Wenn er berühmt ist, ohne für reichen Sänger mit einer Reihe von ist, würde von ihm geschaffen, dem Publikum so viele unvergängliche Momente während seines Auftrichts beschert. Matthias Rheim hat alle musikalischen Aktivitäten eingestellt, um sich in der Behandlung von Krankheiten zu üben, mit dem Wunsch, diese Herausforderungen irgendwie meistern zu können. Es ist nicht sicher, was mit Matthias Rheim passieren wird, aber wir wissen, dass wir in der Zukunft das Bild des menschlichen Sängers nicht mehr sehen werden. Der eigentliche Behandlungsprozess wird lange dauern, um Ergebnisse zu erzielen, während wir gemeinsam für Matthias Rheim, um eine günstige Behandlungsdauer zu haben. Um sich bald zu erholen, kehren sie auf den Musikweg zurück und widmen sie dem Publikum weiterhin Energie, um mehr gute Werte für dieses Leben zu schaffen. Mehr Zeit miteinander zu verbringen, wird die Herzen der beteiligten Menschen erleichtern und so schön wie möglich wirken. Ich denke, das wird das Beste für das Publikum und alle haben sich die ganze Zeit darauf gefreut. Und sozusagen, die Liebe wird dir immer gewidmet sein und die Menschen werden mehr geschätzt und gesucht.